hallo willkommen zurück der monkey wieder hier und den großen kurfürsten aussehen habe ich erst seit kurzem ja also große schütze zwar schon drin verbesserungen sind noch eine million da muss ich mich erst mal mit den anderen kurzschließend man hier am besten rein knallt so euch auf jeden fall plus 20 prozent 10 schiffswartung freie pp dauerbeslöschen des brandes wasser im rückkopf mal dass ich nichts bekomme tp herstellung wir haben fünf von acht da kommt geschwindigkeit rein definitiv sekundär reichweite was war das nach ladezeit schon wo den hier unten gefälscht kapitän kapitän verdient dp problem ist bei schiffen rückhalt gibt jetzt kein elfer rückhalt nicht mehr weiter erforschen kann hat keine ep mehr brauchte die da dann in die freie die man umwandeln muss habe halt nicht immer so geld um dann die ep umzuwandeln in freie ep deswegen suche ich dann vielleicht mal irgendwelche sachen raus wird nicht mehr ep bekomme wenn es nicht wenigen auftrag nötig wäre sondern höchstens kapitäns ep verdiente ep hier zum beispiel 1 ich bin hier nicht drehgeschwindigkeit oder adrenalin rausch drehgeschwindigkeit der türmer schansbegrenzungsdruck ich komme das rein nächstes nachherzierte hauptbatterie nachherzierte hauptbatterie kommt das hier sekundär so machen wir es mal so vorerst gut bevor jetzt noch lange schnacken das haben wir drin flanken haben wir drin gut ab und zu fecht in letzter zeit ist es bei mir wirklich so gewesen also so die neuner zehner da meistens minus eingefahren ist nicht so glücklich gelaufen ich weiß nicht wie bei euch läuft aber das war jetzt sowieso zum ende des jahres und ferien und feiertage ich weiß nicht ob da warum wieso weshalb es ist manchmal auch die teams oh gott ihr wesen einfach oh gott so wenig so wirklich spaß gemacht hatte zwischendurch dann auch mal die eine oder andere runde aufgenommen und die dann wieder gelöscht weil ich sag mal ist nicht so dass wir nur toprunden hochladen wir versuchen nicht nur toprunden aber das war so grauenvoll das konnte man überhaupt nicht raus also ist man hat man sich dann auch schon nur aufgeregt nur gekotzt und hat waren Runden die man wirklich niemand anbieten konnte ich fahre hier in letzter zeit immer meistens bc heute fahre ich mal da lang mal sehen wie das läuft wie das läuft aber diesmal nur 3DDs das ist doch ich doch mal was gesch das war schieß mal schon wir warten noch hier fährt er Oh, 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 da. Okay. Oh, direkt mal abgefackelt. Ja, nice. Oh, 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 oh. Ich will sehen, ob da irgendwas trifft. Mal schauen. Ja. Haben wir da schon angemacht? Keine Ahnung. Ups, da kommt schon das nächste Influ. Ah, die fährt rückwärts, wegen die Tops. Oh, apropos Tops. Da kommt man nicht drüber. Tracy. Tracy. Ahem. Hm. 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 Oha. 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 Scheiße. Ah, da kommt ja von links gleich auch Kops. Oha. 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 Ah, naja, gut, das war für mich. oder komm ich noch aus ich hätte gedacht da gehen wir jetzt drauf erst mal ein bisschen alles klar mit feuerhalten jetzt jetzt Kass, Kass. Lass nach, lass nach. Komm, 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 komm. Ja, na ja. Ja, das war klar. Ja, das war klar. Ja, das war klar. Ja, das war klar. Ja, das sind natürlich... ...püchen hier. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Nicht abwackeln. Fuck. Problem gelöst. Ich muss mich mit dem Pott sowieso einspielen. 79. Vielleicht sollte ich mal versuchen... ...zwischendurch dann auch... ...HE zu benutzen. Abfackeln. So schön brennt. Und dann die AP rein. Ja, okay. Wie sieht's denn aus, ja. Ich weiß nicht, ob ich auf der anderen Seite... ...mehr Möglichkeiten gehabt hätte. Bisher bin ich meistens hier drüben irgendwie... ...zerlegt worden. Ach. Kann man ja vorher nicht ahnen, wie's geschieht. Hm. 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 ist reingefahren aber das waren zu viel zu viel schiffe zu viel idees weg direkt rausgetaucht worden mal spannend am ende bei rumkommt wir haben aber die siehst du da abbremsen schimmer und der mato raus ok noch ein kill und wir haben verloren das wird die iowa sein die als nächstes platzt kann jetzt im endeffekt nur noch versuchen schaden zu machen hätte gesagt also ich wäre jetzt vorher fahren hätte versucht ihr noch zu rammen ganz ehrlich ist haben wir noch die punkte so die okay Oh. Nein. Oh ja. Was haben wir denn noch? Da. Einsame Hippah. Captain Cook. Oh. Alright. Oh. 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 Oh, oh. 70.970 Schaden, 22.000 Mittelfeld und ja, am Ende ist Minus bei rumgekommen. Na gut, dann war es das hier auch, 10er sind, sollte man nicht auf Plus spielen, das ist mir schon klar, aber ist schon schade. Und dann hört man sich wieder in der nächsten Runde. Ciao, ciao.